Wir verladen jetzt das Waffensystem über 120 mm. Auf drei Tragtiere mit Munition, sodass wir jetzt das Lager verlassen können. Hier in dem Gelände ist es sehr wichtig, dass es einfach Stellen gibt, wo wir mit Fahrzeugen nicht hingelangen und die Tiere praktisch überall hinlaufen. Von Trial & Juncture erwarte ich mir einfach, dass der Mörser-Trupp im Verbund mit anderen Kompanien trainiert, dass die Abläufe bis zum Schuss zügiger vonstatten gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017